Spannend zuschauen, ich gehe schon in die Spannung. Spannend zuschauen, ja? Gibt mir einen Gefallen, ist gar nicht bitter gemeint. Nicht nur so ein bisschen verbalrufe. Es ist vielleicht gesehen, dass man sich auch so gut kennenlernen kann. Die Marsche nur auf einen. Guckt euch in die Position und stellt euch hin und guckt zu. Aber dann wäre ich dankvoll, wenn ihr bis in die Ruhe eigentlich geht. Danke euch! Das ist das. Jetzt ist das. Also? Wollt gerne, danke euch! Halt oder? I struggled a long time to actually find myself, like when I was younger, I wanted to be cool, I wanted to be gangster, later on I wanted to be a punk, and I was a punk, let's say, I was also like political, radical, to be honest, I had three and a half years of court, and nearly went to jail for 50 months, it ended in something which didn't help this world. Freediving is helping me to relax, to actually forget for a certain amount of time everything that's happening around me. I just want to wait and hold my hand handle! ... ... ... ... Admin. Weiteratmen und nochmal durchfädeln, richtig durch, den einen Arm durchfädeln und dann nach oben auföffnen. Geht das noch weiter, atmen, ausatmen. Einatmen und ausatmen, nicht so doll pressen, einfach weiter atmen. Alexa, spiel gute Laune Reggae Musik. Jo, schönen Tag jetzt mal. Alles klar. Wie geht's denn? Lass die Schuhe an. Wirklich, lass es an. Ja, mach mal ehrlich. Wir haben nicht mehr gequatscht, Alter. Du hast das Felix alles erzählt, aber ich weiß von nichts, Mann. Für welchen Rekord jetzt? Für den Guinness World Record im Tieftauchen unter einer geschlossenen Eisdecke. Okay. Ja. Herzlich vorbereitet. Welche Entfernung war das? 70 Meter. Okay. Tiefe? Tiefe? Ich dachte jetzt unter der Eisfläche entlang. Nein, ich mach tieftauchen, 70 Meter. Ach so, okay. Du hast eine Strecke. Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gedacht. Strecke, 70 Meter, Alter. Da lach ich mich ja töd, in die Tiefe. Das sind Strecke 140 Meter. Mindestens. Ich muss hoch und runter. Cheers, Bro. Ja. Mögen alle Meerjungfrauen mit ihr sein, Mann. Vielleicht finde ich es auch nein. Aber ich hab mir schon gesagt, wenn ich einfach mal so tief tauche, dass ich eine Meerjungfrau sehe, dann weiß ich muss wieder auftauchen. Nicht unten bleiben. Nicht unten bleiben. Nicht unten bleiben. Es war jetzt wieder 60, weil jetzt nachher machen wir das Tiefe. Aber beschissen geschlafen, nicht gut gegessen. Ich bin morgens aufgestanden und dachte, das ist scheiße, läuft nicht so. Und auch nicht so entspannt und trotzdem lief es gut. Und wie sind wir? Es passt alles. Die Weibs sind gut. Die Weibs sind gut. Es passt alles. Ich sagte, wie es ist. Ich hatte ein bisschen Stress mit meiner Freundin und so. Die kommt auch nicht. Ah, kommt sie nicht? Okay. Das war jetzt so ein bisschen mein Fuck, ey. Aber erstmal richtig. Also Freundslethlin ist super. Der macht es super. Der macht es super. Der macht es super. Der macht es super. Ah ja, lieber mal. Der macht es super. Seht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich denke mir, es gibt so Sachen im Leben, wie so eine Situation, die jetzt entstanden ist, die echt da gar nicht geht, also wirklich jetzt. Und es ist jetzt gerade passiert, unter widrigsten Umständen und es war einfach für mich fucking intensiv. Deswegen finde ich, das ist meiner Meinung nach das Ding, was wir hier geplant haben und es ist gerade passiert. Und morgen machen wir das nochmal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!